Wie stelle ich eigentlich mein Fahrrad am Hauptbahnhof ab? Diese Frage höre ich in letzter Zeit recht oft. Das geplante Rathaus lässt noch einige Zeit auf sich warten oder komplett gar nicht. Dazu zu geeignetem Zeitpunkt in dieser Stelle mehr. Aktuell gibt es so zwei Möglichkeiten sein Fahrrad am Hauptbahnhof abzustellen. Zum einen befinden sich vor der Mall mehrere Fahrradbügeln. Diese sind allerdings oft belegt, so dass Federradfahrer an Verkehrsschilder und sonstige Masten ausweichen. Zum anderen könnt ihr im neuen Parkhaus eine von 20 abschließbaren Fahrradboxen mieten. Für 10 Euro im Monat bei einer Mindestmietdauer von drei Monaten könnt ihr euer Rad dort sicher einschließen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.